Wir spielen jetzt noch ein kurzes Spiel und zwar, wer malt Johannes, ihn hier, am besten und zwar in 15 Sekunden. Komm, ich bin mal. Wir gehen auf die Welt und los. Denkt an meinen Sixpack, ganz wichtig. 10 Sekunden sind jetzt um noch 5. Auf geht's. Das ist super. Jetzt 10, 15 und stopp. Ich fange mal an in der Mitte. Und zwar in der Mitte habe ich nur ein Bein. Und das tut natürlich weh. Was hier gut ist, hier habe ich einen Sixpack und ich wollte einen Sixpack haben. Ich glaube, Sie wollen jemand anderes malen. Nein. Und das Ding ist, hier habe ich halt einen Sixpack und noch eine Käppi auf. Und ich habe hier heute eine Käppi auf, deswegen würde ich sagen, dieses Bild sieht mir am ähnlichsten. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Genau wie Trocken. Rüstentechnisch auch. Wie machen auch alle weiter Bäuse mal?